ok alles klar ja also doch habe ich keine fragen dankeschön aber noch geht ich will ja gerne selbst ein bisschen was erkunden und entdecken und das alles dann kennenlernen macht ja auch spaß so ich glaube ach komm da unten machen noch ein bisschen platz ach so ich kann das mit dem mausrad machen ok schön der baum soll weichen der stumpf ist auch noch da und jetzt die sense wieder und das hier weg und die spitzhacke so das will ich auch mitnehmen da noch mal noch mehr ok ja gut jetzt haben wir mal ein bisschen platz da können wir dann ein feld anlegen aber moment mal da war doch da drin eine kiste so geht man rein ok hier da wir können uns hier drin mal umschauen kann man da irgendwas nein oder nicht nicht abhacken da ist ein fernseher genau den wetterbericht sehen wir mal den wetterbericht an willkommen zu kurz fünf ok was soll man das heißt ihre nummer eins quelle für wetterneuigkeiten und unterhaltung und nun das wetter die wettervorhersage für morgen schön die wollen wir sehen für morgen ach so für morgen da wäre es sinnvoll wenn man das am abend anschaut morgen wird es den ganzen tag regnen ok zukunft kann man sich auch voraussagen lassen als hier glimmer with my crying orb was auch immer das heißt a short of knowledge from the future ok wahrscheinlich kommt das immer zuerst so die geister sind etwas beleidigt heute das glück wird nicht auf seiner seite sein naja gut ich bin da nicht aber glaube ich so dann war da noch was living off the land okay be back again with another tip for you all now listen up okay dann hören wir mal zu das ist für alle greenhorns da draußen was macht kleinholz und sucht nach wilden was auch immer wilder nahrung um etwas bargeld zu verdienen wer die auf die erst auf die erste ernte wartet ok ich will die wieder hinstellen so ok da brauche ich doch nicht kann man feuer machen oh ja ja mache ich aber mal nicht nicht dass wir das holz verbrennen und dann haben wir bald keins mehr so aber hier liegt ein paket parsnip seeds new journal entry so wir haben 15 parsnip das war pass die nacke ich weiß zwar auch nicht was das ist aber immerhin weiß ich dass parsnip pass die nacke ist ok das haben wir vom bürgermeister gekriegt dass wir damit anfangen können schön arm und dann lesen wir doch immer nach draußen so und dann steht hier was journal das war mit f ok getting started ja ok das weiß ich dann schon dass wir gleich machen so ok das mal jetzt müssen wir erst noch ein bisschen was anpflanzen hiermit ein bisschen weiter nach unten noch so halt da und da reicht das jetzt dreimal fünf weiß jetzt nicht ob das drama fünf ist so aha das kann man einfach also da muss man noch hin latschen auch noch ok gut machen wir so dass da und dass da und der her so dann haben wir das alles auf aufgebraucht und jetzt müssen wir noch ein bisschen gießen an dem moment die gieß kann ist ja schon wasser voll so wie es aussieht ja das haben wir schon ok da und da und da war das ist ziemlich langwierig aber ich habe schon gesehen dass man irgendwie das auch ausbauen kann dass man das ein bisschen effektiver machen kann also 34 felder auf einmal bewässern kann ich will noch mal ein bisschen hier den weg frei machen da zum wasser hin so ja ich denke das ist das ist gut so hat da und ach so ja es ist verkehrte werkzeug nee du sollst doch nicht gießen ok so dies kann ja voll machen ja das ist gegossen hier und dann wollen wir doch mal in die stadt gehen und uns ein paar leuten vorstellen ich denke dass es sich aber mal hier noch das ist diese kiste wo wir sachen reinstecken müssen ok und dann ist hier mach doch mal den briefkasten auf es geht nicht ok was haben wir denn eigentlich im inventar das sind diese ach hier robert your so ist von plants ok steine holz so ah ok mix seeds aha ok dann können wir ja noch was anpflanzen ok dann will ich das machen da oben wollte ich eigentlich nicht also wir haben sowieso nur eins ist das jetzt zu trennen ja so mit der gießkarte hinterher gießen ok gewiss nach gleich wieder auffüllen so dann haben wir das gibt das ist ja noch mehr clay ok ja ich weiß nicht wo wir das hinpacken können lassen wir es erstmal im inventar oder kann man das da runter das geht nicht ja ok gehen wir mal in die stadt meine energie ok ja das könnt ihr sehen gut meine energie ist schon ziemlich weit unten ja macht nix bloß beim beim rumlaufen glaube ich macht es ja nichts aus so da haben wir schon den ersten hier da unten gehen wir doch mal zu dem hier ja ich weiß nicht aha der will nicht mehr sagen na gut gut dann wo ist denn der nächste da vorne da ist einer der rente rein gut dann gehen wir zu dem hin hallo hallo ich muss mit der anderen taste ok also du bist also der neue cool ja jetzt haben wir den kennengelernt gut ich gucke mal eben im inventar hier da war doch ach nee das muss man f im journal instructions 3 haben wir schon der andere von vorhin das das hat wohl nicht gezählt gut ist jedoch jemand wir können noch ein bisschen rumlaufen geht ja noch eine karte gibt es da ja auch genau da unten bin ich also ich will mir da unten zum zum hafen hingehen komme ich dadurch naja nicht so ganz sonst ist ja niemand wir haben es zehn vor sieben am abend sind die schon alle in ihrem haus da oben ist jemand hier da moment warte mal das ist klingt ich bin klingt ja ich bin der grobschmied hier in der stadt wenn du jemals ein upgrade für deine werkzeuge brauchst dann bin ich dein mann gut schön der ist also hier moment ich sehe mal auf der karte nach ach so ich wollte ja nach ok gut ich wollte nach unten ans meer ach da muss ich da raus ok ja und ach da komme ich ja nicht durch aber wie komme ich denn da hin das ist doch da unten da muss ich den weg lang gehen ok also moment da über die brücke wieder zurück und dann dahin so ah schön kann man das einsammeln hier oh das kann man einsammeln ja und das da nö das nicht die möbel ne die fliegt weg da hat jemand ein lagerfeuer gemacht ok da oh eine kaputte brücke mit 300 holzstücken kann könnte man das wieder reparieren ok 300 goldstücke so holzstücke so viel haben wir aber nicht wir haben 28 ok dann müssen wir noch ein bisschen mehr machen ich denke das ist recht lukativ dahin zu kommen ich habe ja schon mal ein bisschen was gesehen von dem spiel da unten ist auch noch was ok da kann man dann angeln aber ich habe noch keine angel ja dann wo was sind das kann ich nicht sehen ist ein bisschen dunkel schon naja dann gehen wir mal wieder nach hause es ist ja schon zehn acht neun ja es wird zeit dass wir uns mal ins bett legen muss nur sehen ach doch da komme ich doch wohl hin ach nee da komme ich nicht durch aber da geht es durch naja dann haben wir immerhin ein paar leute kennengelernt aber noch nicht so viel wir holen das schon nach dann morgen bin ich jetzt hier überhaupt richtig unterwegs ja ich muss nach oben das sieht auf der karte ein bisschen anders aus ja die karte die ist schon ein bisschen älter die ist wohl aus der zeit als großvater noch da war und seit der zeit hat da einiges geändert wo sind wir denn hier komme ich da überhaupt durch nein moment wo bin ich denn da okay ja ich muss nach rechts also ich bin nicht weit vom haus entfernt auch ja da kann ich durch aber hier nicht mehr dann muss ich mir eben den weg frei schaufeln da auch da liegt ein stein wahrscheinlich ja genau jetzt sagt bloß ich komme da dann auch nicht mehr durch spitz hat gewirr so und da noch mal da komme ich nicht durch freischaufeln also wobei ich keine schaufel benutze sondern irgendwie den weg frei machen da ist doch moment mal das ist doch der tüppel wo wir immer die gießkanne aufgefüllt haben da komme ich nicht durch ja ich will ins bett ok so da ist unser feld genau so da ist unser haus so rein da und ab ins bett so genau hinlegen und schlafen jetzt müssten die das ist jetzt unsere erste nacht hier jetzt müssten unsere einstellungen von lautstärke und so weiter ja gespeichert sein so gucken wir mal was im fernseher so kommt ich will gerne was nein der fernseher soll da stehen bleiben die zukunft ja lassen wir mal die zukunft nochmal sehen ok die haben gute laune heute aha heute ein bisschen extra glück ok gut gerne und wetter es wird regnen gut das war die ansage auch schon von gestern das das sieht gut aus hier hallo verwunscht so wir wollten das brief ich kann ich dir nehmen nee das ist inventar so hallo ich kam gerade von einem fischer ausflug zurück solltest du zum strand kommen wenn du zeit hast ich habe was für dich der willi hat sich da gemeldet ok gut ich kenne den willi noch nicht glaube ich jedenfalls instructions also to the beach ok ja ja jemand namens willi hat dich eingeladen ihn am strand zu besuchen südlich der stadt ja er sagt dass er was für dich habe ok vor fünf jahr dann wirst du jetzt gleich mal dahin wir wollen sowieso ein paar leute kennenlernen die die dingse wächst hier noch die sachen oder das sind doch würmer oder kann man die eben mitnehmen nee sehe ich jetzt noch nicht wahrscheinlich brauchen wir erst noch ein bisschen werkzeug so wo geht es denn noch mal zum strand hier mal nach unten ok und dann nach rechts noch ein bisschen weiter nach unten ich glaube hier mal gucken ja das sieht gut aus und dann darunter jetzt hätte ich gerne noch holz mitgenommen um die brücke zu reparieren aber ja das ach guck mal das sind wir ja schon das machen wir dann morgen oder übermorgen oder so sowas verpeilt und so schwer ja das macht doch nichts also mir nicht okay gut ja ich habe gehört dass er ein neuer in der stadt ist schön nicht schließlich zu treffen ach so er spricht weiter ja so ein alter seermann hat er braucht ein bisschen bis er was sagt ähm verstehe ich nicht also er versucht da wieder ein bisschen sich zu erholen von seinem langen ausflug war ein großer fang hat eine menge guten fisch verkauft ähm schließlich eine menge gespart um eine neue angelroute zu kaufen aha so da hier hast du meine alte angelroute es ist wichtig es ist mir wichtig dass die kunst zu fischen ähm lebendig bleibt und hey vielleicht äh äh kaufst du was von mir in meinem laden so ab und an mal ja so jetzt haben wir eine angel haha schön ach so wir haben was einen bambus stecken haben wir bekommen hallo ich will gerne wieder weg gehen ich darf noch nicht der alte seebär ist noch nicht fertig mit mir ja es ist gutes wasser hier im tal alle sorten von fisch ne alle arten würd sogar im doppelten sinne richtig sein ähm oh ja mein laden na wächst oh genau ist äh geöffnet ja so komm und kauf äh was du brauchst ich übersetze es ja frei ne ja moment das moment da ist die kamera äh ich kaufe auch alles was du fängst ja schön haha wenn es stinkt dann verkauft es sich hey ja dann achte dazu so das ist alles was mein vater immer gesagt hat gut und jetzt raucht er wieder seine pfeife aber ich kann immer noch nicht gehen so jetzt angelt er wieder und ich kann jetzt auch angeln ja dann versuchen wir das doch gleich mal so hab ich ja schon achso ich muss den auch loslassen ja gut ich weiß noch nicht wie angeln geht das probieren wir gleich mal aus da hat doch gerade was gemacht ah äh haha nee ich muss weiter ausholen moment okay wie geht denn das muss ich dann auf die rechte Maustaste äh nö vielleicht draufbleiben nochmal einholen und nochmal auswerfen so da beißt schon eben was an wieder ja ja und dann ja ja in ja ja ich Untertitelung des ZDF, 2020